Tja, die neue Lichtgeschwindigkeit hier mit dem Olympischen Sport auf den Sportflaggen zu meiner Ausstellungseröffnung in der Galerie Sment in der Mainzer Straße in Kölner Südstadt, Sportbilder von Dietmar Möws und die Eröffnung der Olympischen Spiele in London. Heute beginnen ja mit der Ansage, ich eröffne die Spiele O, 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 O. Das ist jetzt die urheberrechtsfreie Variante, nachdem man die Olympischen Ringe schon bei Audi rechtlich geschützt hat und dann bei dem Internationalen Olympischen Komitee dem großen Mammon unterworfen hat, ist es also jetzt O, 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 man kann das da auch sehen und meine Lichtgeschwindigkeit, die ja wirklich schneller ist als die Polizei erlaubt, hier heute mit dem Berliner Tagesspiegel, Olympia, die Eröffnung und ich habe vielleicht hier noch auf dem Olympiateil, der ist des Tagesspiegels Freitag, 27. Juli, da heißt es London hat schon gewonnen und ich möchte dazu auch ganz kurz etwas sagen. Wir waren ja im Januar in London, haben das alles im fast fertigen Zustand gesehen und es ist eindrucksvoll, was man an Infrastruktur, insbesondere an den Knotenpunkten der U-Bahn und so weiter für tolle, moderne Einrichtungen hat in London und das wird die Menschen dort in Zukunft dann auch freuen. Hier ist also, London hat schon gewonnen und ich lege das mal da hin. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es, ach du lieber Gott, überfüllt, große Ereignisse wie Olympische Spiele haben den Begleitungsstand, dass sich immer dort wahnsinnig viele Menschen in unterschiedlichen Erregungszuständen treffen. Das unterscheidet sich nicht vom Olymp, wo es Götter, Halbgötter und ihre Entourage so toll trieben, wie sonst nur das Personal im Nachmittagsfernsehen. Der Götterhaufen und seine Beschäftigung mit sich selbst verschaffen den Menschen am wenigsten Luft zum menschlichen Atmen und die bleibt uns hoffentlich nach der Lektüre und dann haben wir hier etliche, viele Beiträge über London. Nun möchte ich kurz dazu sagen, die Veranstaltung, die jetzt über zwei Wochen läuft in London, muss man sich vorstellen wie 27 Weltmeisterschaften in allen möglichen Sportarten zur gleichen Zeit. Also Einzelsportarten neben der Leichtathletik, was es sonst noch gibt und dann die ganzen Mannschaftssportarten, die ja in kleinen olympischen Turnieren spielen bis zu einer Endsiegerentscheidung und so weiter. Also 27 Weltmeisterschaften. Das andere ist, dieser Sport wird ja sexistisch angelegt, nämlich tatsächlich nach Sekundärgeschlechtsmerkmalen getrennt. Also es gibt da nur männliche und nur weibliche, alles andere darf nicht mitmachen. Und außerdem wird es auch nicht unterschieden nach Amateursportlern und Erwerbssportlern. Das sind dann zum Teil solche, geradezu mit industrielem Großkapital geförderten Leistungsspitzen-Gladiatoren, im Unterschied zu kleinen olympischen Nationen, die kaum vernünftige Sportanlagen haben, wo ihre Sportler sich ja auch gar nicht richtig vorbereiten können und so weiter. Also immerhin trotzdem alle vier Jahre olympische Sommerspiele und ein großes Völkertreffen in einem Campus, wo bereits die Sportler, die morgen um die Wette laufen, heute anreisen, während die nächste Woche erst schwimmen. Die sind noch gar nicht da und so weiter. Also das große olympische Dorf, wo sich die Sportlerjugend zusammen zwei Wochen in einem Lager trifft, ist natürlich auch ein Gag der Reklame. So weit ist es nicht. Aber was wir in den nächsten Tagen häufiger haben werden, da bin ich ziemlich sicher, das ist nämlich folgendes schöne Lied. Dirty old river, let's keep on rowling, let's keep on rowling, let's keep on rowling. Dirty old river, we говоря auf Soagerland, wo weiter und so weit dai Sterrat But I davon dying, davon, davon ما Kayeemer, mit unser staatung, von shockerrandering Either we that agregen die Sommerspiele und ein zune Expedsten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020